Heute hat abschließend der Ministerrat diese zweite Fortschreibung des Krankenhausplanes beschlossen, sodass sie am 1. Januar 2015 in Kraft treten kann. Wir haben insgesamt 18 Betten und 18 Plätze mehr. Plätze, das sind sozusagen die Tagesbehandlungen. Von diesen 18 Betten entfallen 16 auf dem Bereich der Psychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei den Plätzen sind es 13 von den 18. Wir haben noch einige kleinere Korrekturen in anderen Bereichen durchgeführt. Wir haben jetzt die Situation, dass mit dieser zweiten Fortschreibung unser Krankenhausplan insgesamt 6.322 Betten und 407 Plätze vorhält. Das heißt, wir liegen immer noch 40 Betten unter der Maximalprognose des Gutachters. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einen Ausblick zu geben auf das, was im Bereich der Krankenhausplanung in den nächsten Monaten bevorsteht. Denn die Krankenhausplanung ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir haben im Bereich der Entwicklung der psychosomatischen Erkrankungen sehr rasch reagiert. Und mit dieser zweiten Fortschreibung bereits wichtige notwendige Veränderungen an unserer Krankenhausplanung vorgenommen. Und wir werden unmittelbar daran anschließen, im nächsten Monat mit der Vorlage des Geriatriegutachtens. Denn es steht ja noch aus, dass wir eine geriatrische Planung für das Saarland brauchen. Dazu ist ein Gutachten erstellt worden, das ich dann im Oktober präsentieren werde. Und wir werden dann im Zeitraum von November bis Januar die Gespräche mit den Krankenhausträgern durchführen, sodass im Frühjahr 2015, voraussichtlich kurz vor Ostern, dann auch die Krankenhauskonferenz und der Ministerrat über die Geriatrieplanung und damit die dritte Fortschreibung des Krankenhausplanes beschließen können. Das war��� Untertitelung des ZDF, 2020